Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und in der heutigen Podcast-Folge geht es um alles oder nichts. Am Samstag ist es soweit, der 34. und damit letzte Spieltag steht vor der Tür und eine Entscheidung im Abstiegskampf wird definitiv fallen an diesem Tag. Für den VfB ist noch alles drin. Direkter Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg. All das entscheidet sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstagnachmittag. Und über dieses letzte Kapitel des spannenden Abstiegskampfs wollen wir heute ausführlich sprechen. Und wer ist nach langer Zeit endlich mal wieder bei mir in der Leitung? Richtig, mein geschätzter Kollege Danny Gallen. Danny, ich grüße dich. Und wer hat endlich mal wieder so wunderbar in die Sendung eingeführt? Simeon Kramer, wunderbar. Ich freue mich so, dass wir endlich mal wieder zusammen sind. Wenn es zählt, sind wir beide am Start. Das wäre meine Überleitung gewesen, Danny. Danke für die lobenden Worte. Es gibt, glaube ich, keinen passenderen Moment, als dass wir beide endlich mal wieder podcasten. Die letzte Zeit war ja immer was los. Krankheit, Urlaub, Gäste da. Ich glaube, es ist gefühlt fünf Wochen her, dass wir jetzt mal wieder zusammen podcasten. Und gerade jetzt, wo es um die Wurst geht. Also, Danny, ich muss sagen, ich bin richtig aufgejuckelt. Ich bin fast schon nervös. Wir werden ja am Samstag bei dem Stadion sein gegen den 1. FC Köln. Danny, wie geht es dir mit Blick auf das anstehende Wochenende auf den 34. Spieltag? Ganz entspannt. Ich bin schon mit dem VfB abgestiegen. Ich bin mit dem VfB aufgestiegen. Mich bringt das nicht mehr aus der Ruhe. Und ich kann das aber nachvollziehen, wie es dir geht. Das ist jetzt für dich das erste große Saisonfinale, das du als Reporter begleitest. Deswegen gut, dass wir zu zweit im Stadion sein werden. Im Zweifel kann ich dir noch eine Beruhigungspille in Kaffee tun. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir hin. Denke ich doch auch. Es ist nicht mein erstes Saisonfinale, Danny, aber das erste, wo es richtig um was geht. Letztes Jahr war ganz entspannt. Da war ich, glaube auch, im Dienst am letzten Spieltag. Aber dieses Jahr geht es um richtig was. Für euch da draußen, ganz kurz, bevor wir einsteigen in die Folge, Themenüberblick. Wir haben vier Themenblöcke für euch vorbereitet. Wir sprechen natürlich über die Partie beim FC Bayern über dieses 2 zu 2. Denn dieser Punktgewinn hat ja die Lage, die wir jetzt haben im Abstiegskampf, überhaupt erst möglich gemacht. Dann sprechen wir über genau diese angesprochene Lage. Wie sieht es aus? Was ist drin für den VfB? Was machen die Konkurrenten? Wir müssen dann natürlich über die Partie gegen den 1. FC Köln sprechen. Jetzt am Samstag. Wie sind die Vorzeichen? Was erwartet den VfB gegen den FC? Worauf kommt es da an? Und zu guter Letzt, nachdem wir die sportlichen Themen abgehakt haben, sprechen wir noch über die Pressekonferenz, Danny, von der du gerade aktuell kommst. Wir nehmen auf Donnerstag 13.20 Uhr. Es war heute nicht die Spieltagspressekonferenz, die ist erst morgen am Freitag, sondern es war eine Presserunde mit dem CEO des VfB, mit Alexander Werle, der ein bisschen einen Einblick gegeben hat in seiner Gefühlswelt jetzt vor dem letzten Spieltag gegen Köln. Er kam ja aus Köln und da kannst du mal erklären, wie er denn mit dem VfB plant. Planen die zweigleisig? Was denkt der Platz mit dem Klassenerhalt? Das wird dann, glaube ich, eine ganz runde Podcast-Folge. Danny, dann lass uns doch direkt einsteigen in den Themenblock 1, das 2 zu 2 des VfB beim FC Bayern München. Jetzt gibt es ein Spannungsfeld dieses Spiels, über das ich mit dir sprechen möchte. Es ist ein total überraschender Punktgewinn gegen den deutschen Rekordmeister, mit dem hat keiner gerechnet, aber es war mehr drin. Wie schätzt du die Partie ein? Ja, auch mit ein paar Tagen Abstand und ja, ich war ja am Sonntagabend noch zu Gast im Rasenfunk, wo wir ausführlich über dieses Spiel gesprochen haben. Ich habe unter der Woche, wir haben selten so viele Leute angerufen auch und aktiv mal gefragt, ja, was macht man jetzt mit dem Spiel und so weiter? Irgendwie ganz schwierig. Du hast es gesagt, Spannungsfeld, sie holen den Punkt, damit hat niemand gerechnet, aber wer das Spiel gesehen hat, ja, der ärgert sich, der beißt sich ein bisschen in den Arsch, weil es war mehr möglich, möglich. Auch wenn man natürlich sagen muss, zur Gesamtbetrachtung gehört natürlich dazu, dass die Bayern auch riesige Chancen hatten, allein dreimal am Alu gescheitert sind. Also ich denke, summa summarum müssen wir sagen, zum einen hat niemand mit dieser Leistungssteigerung der Stuttgarter gerechnet und zum anderen mit dem Punkt in München vor dem Spiel, das hätte wahrscheinlich auch 95% der VfB-Fans zuvor, das hätten die blind unterschrieben. Es ist halt dann so, wie das Spiel gelaufen ist, wie die Bayern auch drauf waren an diesem Tag, bleibt so ein kleiner fader Beigeschmack. Sven Mislint hat nach dem Spiel auch direkt an die Interviewmikrofone gestapft und war fast verärgert. Ich denke, dass sich das jetzt alles im Laufe der Woche mit ein bisschen Abstand gelegt hat, weil man einfach sagen muss, die Ausgangslage vor dem Spieltag war eine schlechte. Nach dem Spieltag ist sie eine gute für den VfB und ich denke, das bleibt hängen. Aber Simi, wie schätzt du es ein? Wie hast du das Spiel überhaupt verfolgt? Du hattest es ja frei. Hast du es überhaupt in Gänze gesehen oder hast du dich auf Sportschau und Co. verlassen? Nee, ich habe es tatsächlich gesehen. Ich hatte ja frei, weil ich Geburtstag hatte. Ich habe dann am Sonntag auch gefeiert. Es waren ein paar Freunde da. Wir haben das Spiel angeschaut. Also ich habe das Spiel gesehen. Dementsprechend, wenn ihr es hört, Grüße raus an meine Freunde. Ja, ich bin sehr überrascht gewesen über dieses 2-2. Ich habe nicht damit gerechnet. Und natürlich kann man am Ende des Tages sagen, da war mehr drin. Die Bayern im Ibiza-Feier-Modus. Hätte man schlagen können? Ja. Aber ganz ehrlich, kein Mensch hat mit diesem Punkt gerechnet. Und dieses hätte, hätte, Fahrradkette, was hätte sein können, wenn sie drei Punkte eingefahren hätten? Nee, es gab einen Punkt in München. Damit hat kein Mensch gerechnet. Und das Entscheidende ist, dass dieser eine Punkt die Lage, die Situation, die Ausgangslage im Abstiegskampf fast komplett umgedreht hat. Also du hast es richtig angesprochen. Vor der Partie war die Ausgangslage für den VfB schlecht. Ich meine, Berlin hätte locker zu Hause gegen Mainz einen Punkt oder gewinnen können. Dann wäre der VfB zumindest mal nicht mehr oder hätte nicht mehr die sichere Rettung ergattern können. So holen sie einen Punkt. Beide anderen Konkurrenten verlieren. Der Relegationsplatz ist quasi sicher. Die direkte Rettung ist noch möglich. Also dieser Punkt in München ist Gold wert am Ende des Tages, Danny. Und was mir aber auch noch so ein bisschen von der Partie in München so im Hals stecken geblieben ist, war, hätte der VfB so gespielt gegen andere Gegner, zum Beispiel Bielefeld, Hertha, das Heimspiel gegen Wolfsburg. Dann würdest du jetzt gar nicht in der Situation stecken. Und ich glaube, das ist das, was mich wirklich ärgert. Also nicht die verpassten drei Punkte, sondern die Tatsache, dass der VfB oder dass das einzig Konstante beim VfB die ständige Unkonstanz ist. Oder wie siehst du es? Ja, genau. Genau, das ist es. Das ist auch die Frage, die mir immer viele Leute, Fans und so weiter oder andere Journalisten stellen. Warum kriegen die das denn nicht immer auf den Platz? Und wir müssen ja so ehrlich sein, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe da keine schlüssige Antwort für selber. Ich habe aber auch von den Verantwortlichen noch keine gehört. Jetzt muss man natürlich vielleicht spieltaktischer Natur sagen, dass einem diese Münchner Mannschaft dann doch ein Stück weit besser zu Pass kommt, weil sie einfach viel höher stehen. Da sind viel mehr Räume hinter der Kette, wie du das zum Beispiel im Berliner Olympiastadion hattest, wo du gleich in der Anfangsphase ein Tor dir gefangen hast. Auch gegen Wolfsburg lag man früh zurück und dann haben sich diese beiden Teams erstmal fallen lassen, kompakt hinten gestanden, die Räume eng gemacht, kein Platz für das schnelle Flügelspiel des VfB. Das ist zumindest mal so eine spieltaktische Erklärung, warum es in München vielleicht eher geflutscht hat. Aber es geht ja bei deiner Frage eher um diesen mentalen Aspekt. Warum hatte die Mannschaft in München so eine tolle Körpersprache, Körperspannung, Einstellung zum Spiel auf dem Platz? Und warum hatten sie das nicht zwei Wochen zuvor im Olympiastadion? Aber das ist eben genau das, was du sagst. Hätten sie das ein paar Mal öfters gezeigt, zumindest im Verlauf der Rückrunde. Ich denke da an die Auftritte in Fürth, in Bielefeld, in Berlin, in Mainz. Dann hätten wir ein ganz entspanntes Saisonfinale, müssten nicht am Samstag zu zweit auf der Pressetribüne sitzen, weil wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sein müssen. Also ich kann dir die Antwort nicht geben. Hast du eine? Wenn du eine hast, würdest du mich jetzt wirklich aus den Schuhen haben? Nö, wenn ich eine hätte, dann wäre ich nicht hier, sondern würde ich beim VfB arbeiten, weil ich glaube, das ist genau die Frage, die sie sich dort auch stellen an der Mercedes-Straße. Warum ist der VfB so unkonstant? Warum so eine Leistung, so eine Körpersprache gegen Bayern? Warum so eine schwache Leistung gegen Hertha beispielsweise? Also das ist ja auch der Grund, warum der VfB da unten drin steckt. Ich glaube, wenn es am Ende nicht reicht mit dem Klassenverbleib, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann ist es diese unkonstant, dann ist es diese fehlende Fähigkeit, Leistungen zu bringen, wenn sie nötig sind. Das war jetzt gegen Berlin das Hinspiel, wo du 2-0 führst. Es waren einige Spiele, wo keine guten Leistungen gezeigt wurden, wenn es nötig war und du hättest dir wirklich einen entspannten Saisonendsport gönnen können. Jetzt ist es natürlich Spitz auf Knopf. Aber Danny, deswegen steckt der VfB da unten drin, ganz einfach. Und dafür gibt es keine Lösung oder es wurde noch keine Lösung gefunden. Ich habe noch eine These. Bevor wir weiterspringen, würdest du unterschreiben, wenn ich sage, die Mannschaft kann nicht mit Druck umgehen? Weil man könnte ja sagen, in Berlin zum Beispiel war eine Menge Druck drauf. Die Mannschaft, die Knie geschlottert gegen Wolfsburg zu Hause, ähnliche Situation. Und in München war, klar, der tabellarische Druck war da, aber man hat halt eben eigentlich nichts von der Mannschaft erwartet. Wenn die da 0-4, 0-5 verloren hätten, hätten alle gesagt, ja, das war ja abzusehen so. Glaubst du, dass das vielleicht eine Rolle spielt, weil wir ja immer über diese mentalen Probleme dieser Mannschaft sprechen, dass sie unter Druck einfach nicht performen kann? Und wenn dieser Druck erstmal weg ist, dieser Ergebnisdruck, dass es dann vielleicht irgendwie so einen Knoten löst? Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, ich bin schon immer ein Verfechter des Satzes gewesen, Fußball wird im Kopf entschieden. Für mich ist der Kopf ein ganz entscheidender Faktor im Fußball-Business. Wenn du im Kopf nicht klar bist, wenn du nicht fokussiert bist, dann gewinnst du keine Spiele. Und es hat auf jeden Fall was mit Druck zu tun, mit Einstellung, mit Mentalität. Wie gehe ich in ein Spiel? Wie gehe ich auch mit Druck um? Wie gehe ich mit Situationen um, in denen ich mich als Spieler vielleicht auch nicht wohlfühle? Ich meine, das Spiel bei Hertha war so ein Spiel, wo du dich als Spieler nicht wohlfühlst. Da geht es um alles, da geht es um den Abstieg gegen den direkten Konkurrenten. Ich meine, da hatte ja ich selbst, der das Spiel geschaut hat, war nervös. Wie geht es den Spielern dann? Also ich glaube, dass das ein Faktor ist, mit Druck umgehen zu können. Und das kann diese Mannschaft in bestimmten Situationen nicht. Und eine Erklärung wäre, dass eben, wenn es um nichts mehr groß geht, wie jetzt gegen München, wo nichts erwartet wird, da wird dann auf einmal gut performt. Das wäre natürlich, Danny, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, für das Spiel jetzt am Samstag gegen Köln, natürlich eine Hiobsbotschaft, wenn wir jetzt hier das... Und für eine mögliche Relegation natürlich, aber ja. Ja, und für eine Relegation, also wenn wir hier das Urteil fällen, der VfB kann nicht mit Druck umgehen. Ich glaube, da ist so eine... Das ist eine Wahrheit dran, das ist richtig, aber ich glaube auch, dass es zu kurz gegriffen ist, nur zu sagen, die können nicht mit Druck umgehen. Weil ich glaube, auch in München war Druck da, du spielst gegen den Rekordmeister, du hast vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, du musst einen Punkt holen. Und das haben sie gemacht. Also ich glaube, dieses Spiel in München kann ja ein bisschen ein Motivationsschub sein. Das kann vielleicht auch einen verlorengegangenen Glauben an die eigene Stärke zurückgewinnen. Also ich denke, dass das einen Schub geben wird. Und was ich auch noch sagen wollte, bevor ich zum nächsten Themenblock weiterleite, Danny, ist, dass wir uns noch zwei, drei Spiele anschauen müssen. Flo Müller, Orel Mangala, der reinkam, Sascha Kalajic hat wieder getroffen. Ich glaube, in München haben sich einige Spieler Selbstvertrauen zurückgeholt, Danny. Und allen voran Flo Müller, den auch wir kritisiert haben, den ich auch kritisch sehe, das muss ich einfach so ehrlich sagen. Aber der hat überragend gehalten, oder? Ja, da gibt es ja gar keine Zweimeinung. Das war so endlich mal dieses Spiel, dieses berühmte, der Torwart hat uns heute die Punkte oder den Punkt gerettet, Spiel, das der Florian Müller einfach nicht hatte. So ehrlich müssen wir einfach sein. Das war ja das, warum er bei vielen Fans in der Kritik stand, warum er auch von uns kritisch beleuchtet wurde und was der Sven Mislintat zum Beispiel immer gar nicht gerne hören wollte. Wobei man immer da klar sagen musste, finde ich, wenn man sich die Daten, die Zahlen angeschaut hat. Und ich empfehle euch da immer wieder gerne unsere ausführliche Folge mit dem Schwerpunkt Flo Müller, wo wir mit dem Sascha Felter über dessen Torwartspiel gesprochen haben. Wenn euch das nochmal interessiert, zieht es euch rein. War, glaube ich, vor einem Monat oder so. Ja, aber wenn man das alles reinnimmt, mich hat es gefreut für den Jungen, weil das ist ein ganz bodenständiger, ehrlicher Typ, ganz ruhig und besonnen. Ich habe ihn auch schon mal interviewt und getroffen. Das ist wirklich ganz, ganz angenehm. Und er bringt ja viel mit. Er ist ja quasi auch ein Stück weit ein Spiegelbild dieser Mannschaft und dieses Stuttgarter Wegs. Er hat eine Menge Entwicklungspotenzial. Er kann richtig was, wie man in München gesehen hat. Er ruft es halt noch nicht immer ab. Sonst wäre er vermutlich auch nicht beim VfB, sondern würde ein, zwei Tabellenplätze weiter oben irgendwo das Tor hüten. Aber ja, es war auch wie gemacht für einen Torhüter dieses Spiel. Ist gleich gut reingekommen. Hat natürlich auch in München, das gehört natürlich auch dazu. Da kommt halt auch mehr auf die Kiste, wie jetzt gegen, was weiß ich, gegen Mainz oder so. Aber es freut mich, weil man eben so einen kleinen Aufwärtstrend bei ihm sieht. Ich fand ihn schon gegen Wolfsburg mit einer ordentlichen Leistung. Und jetzt eben gegen München mit dieser unbestritten besten Saisonleistung. Also es scheint gerade so, als findet er rechtzeitig zum großen Saisonfinale in seine Form. Wen hast du noch angesprochen? Orel Mangala. Das war natürlich auch eine wichtige Hereinnahme. Die Umstellung dann auch auf drei Sechser im defensiven Mittelfeld. Hat die Mannschaft stabilisiert, hat dem Spiel gut getan. Und ja, Sascha Kalajic und Borna Sosa, das Traumduo auf letzter Mission für den VfB, war auch ganz, ganz, ganz wichtig. Dass die jetzt, nachdem sie ja so eine kleine Durststrecke hatten, die letzten drei Spiele, glaube ich, oder vier Spiele sogar, nicht getroffen hatten. Dass jetzt gerade rechtzeitig, dass es nochmal funktioniert hat, dass es auch gegen München funktioniert hat, gehört ja auch dazu. Ich meine, da steht Manuel Neuer am Tor, Upa Meccano in der Innenverteidigung. Das ist eigentlich schon Qualität. Und denen hat man es da mal gezeigt. Das tut sicherlich gut für das Köln-Spiel, unbestritten. Ja, und ich glaube, das ist auch die Zusammenfassung des Spiels, Danny. Du holst einen Punkt in München, mit dem keiner gerechnet hat. Es gab einige Spieler, die endlich, würde man ja fast sagen, Leistung gezeigt haben, die im Fall von Flo Müller diesen Punkt auch gerettet haben. Er war beteiligt, hatte sehr, sehr gute Paraden. Auch Orel Mangalaka in Reimen war ein wichtiger Faktor. Kalajic, Sosa funktionieren wieder. Also, es war ein Spiel, das gut getan hat. Natürlich waren drei Punkte drin. Aber der eine Punkt, der ändert die Lage im Abstiegskampf. Und deswegen, Danny, springen wir jetzt zu Themen Block 2. Nämlich genau diese Lage im Abstiegskampf. Es ist eng da unten drin. Es ist der 34. Spieltag. Es könnte kaum spannender sein. Danny, für den VfB ist alles drin. Ich habe es in der Einleitung besprochen. Der VfB kann direkt die Klasse halten mit einem Sieg. Der VfB kann in die Relegation kommen, wo er ja gerade schon steht. Und der VfB kann aber auch noch direkt absteigen. Also, es ist völlig absurd. Wir gehen am Samstag ins Stadion und es ist alles möglich. Wir müssen auf alle drei Szenarien vorbereitet sein. Weil wir ja für euch da draußen im Stadion da nicht noch eine halbe Stunde rumschreiben können. Sondern wir müssen gut vorbereitet sein. Und das machen wir auch. Wenn ich es mir anschaue, Danny, die Hertha hat 33 Punkte, der VfB 30 und Bielefeld 27. Also, es sind immer genau drei Punktesprünge. Also, ein Sieg kann alles verändern. Der VfB hat jedoch aus meiner Sicht die besten Karten. Denn er hat das mit Abstand beste Torverhältnis. Auf Bielefeld sind es sieben Tore, die aufzuholen sind. Und auf die Hertha sind es 14 Tore, die jeweils Bielefeld und Hertha aufholen müssen. Und dann rechnen wir doch einfach mal durch. Danny gewinnt der VfB zu Hause gegen Köln, was ja nicht ganz unrealistisch ist. Dann haben sie 33 Punkte. Das heißt, die Hertha muss verlieren. Und wo spielt die Hertha? In Dortmund. Und wo spielt Bielefeld? Gegen Leipzig. Also, das ist wirklich... Der letzte Spieltag ist wie gemahlen für den VfB. Weil die Konkurrenten sehr, sehr schwere Gegner haben. Und der VfB ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus hat. Gegen Köln, die Europa spielen. Ihr habt es gesehen, letzte Woche, Platzsturm der Fans. Obwohl die Spieler frustriert waren nach der Niederlage gegen Union Berlin. Also es ist alles möglich für den VfB. Und aus meiner Sicht, Danny, du kannst mir gleich widersprechen, hat der VfB nichts zu verlieren und kann eigentlich nur gewinnen. Weil der Relegationsplatz ist quasi safe. Hertha spielt in Dortmund. Es ist alles drin und der VfB kann nur gewinnen. Ich widerspreche dir nicht, dass sie vielleicht die beste Ausgangslage von diesem Trio haben. Aber ich hebe den mahnenden Zeigefinger dieses... Das haben ja auch manche Fans auch schon nach dem Spiel in München jetzt anklingen lassen. Es ist noch überhaupt nichts gewonnen oder gesichert. Gar nichts. Also der unwahrscheinlichste Fall ist, Bielefeld schießt Leipzig aus dem Stadion, Köln gewinnt deutlich in Stuttgart und der VfB muss doch noch direkt runtergehen. Ein in der Theorie realistisches Szenario. Es ist möglich, aber sind wir mal ehrlich, wer die Bielefelder in den letzten Wochen spielen hat sehen und wer weiß, dass Leipzig noch in die Champions League will, da wird nichts zu holen sein. Sprich, ich denke, mit der Relegation können wir auf jeden Fall schon mal planen. So, und dann hast du die Dortmunder. Auf die sich zu verlassen, ist auch nicht die beste Option in dieser Saison. Denn was wir vorhin über den VfB gesagt haben zum Thema Inkonstanz, das können wir eins zu eins über diese Dortmunder Mannschaft legen. Jetzt kommt aber da rein, ich habe die Hertha letzte Woche 90 Minuten gegen Mainz gesehen. Die sind auch verklemmt. Da geht nicht viel zusammen. Defensiv, wackelig, offensiv, ohne Plan. Und in dem Wissen, dass der BVB letztes Heimspiel vor, wahrscheinlich wird es ausverkauft sein, 80.000. Erling Haaland wird vielleicht noch mal Motivation haben, noch mal drei, vier Kisten zu machen und noch mal ein letztes Mal vor der Südtribüne zu jubeln. Das ist die positive Seite der Ausgangslage, die ja so ist. Aber ich sehe eben auch eine Gefahr darin, denn diese Mannschaft des VfB hat uns ja auch gezeigt, dass sie zum einen sehr inkonstant ist und ich sehe einfach die Gefahr, dass man sich jetzt schon wieder was einredet, dass man so, München 2-2, alles super, zack. Und auf einmal steht am Samstag dann der FC Köln auf dem Platz und die werden sicherlich das Messer zwischen den Zehen haben. Die haben Europa sicher, Minimum Conference League, aber die wollen in die Euro League und die haben einen Steffen Baumgart als Trainer. Der wird da alles andere als eine lange Leine zulassen und die Kölner wirklich beeindruckend, die Entwicklung, die die genommen haben, letzte Saison Relegation gespielt gegen Kiel, sich in letzter Sekunde dann gerettet. Jetzt schaffen sie es nach Europa. Die spielen einen ganz gepflegten Ball, die haben nach vorne eine unglaubliche Wucht mit Anthony Modest, die haben ein tolles Flügelspiel. Das könnte richtig gefährlich werden, denn die Grundvoraussetzung für alle Rechenspiele, die wir in positiver Sicht für den VfB machen, ist, dass du mal dein Spiel gegen Köln gewinnst. Und das ist schon Herausforderung genug, meiner Ansicht nach, denn diese Kölner Mannschaft ist wirklich stabil, ist wirklich gefährlich und ja klar, du musst dich auf den BVB verlassen, das habe ich ja beschrieben, es wird nicht so einfach werden. Ich sehe es nur nicht ganz so optimistisch wie du und das musst du mir zugestehen. Ich glaube, es gibt durchaus was zu verlieren am Wochenende. Du kannst dir nämlich auch dieses gute Gefühl aus dem Münchenspiel wieder verbauen. Mal angenommen, du fällst gegen Köln auseinander, was ich jetzt nicht zwingend sehe, aber es kann passieren. Du kriegst ein frühes Gegentor, die Kölner spielen dich ein bisschen an die Wand, zack, steht es 3-0. So, dann ist von der guten Stimmung aus dem 2-2 in München, dann aber im Relegationsspiel nächste Woche Donnerstag nichts zu spüren mehr, Simeon. Deswegen, du hast recht, die Ausgangslage ist gut, ist besser als die von Bielefeld, vielleicht auch besser als die von Hertha, aber ich warne vor zu großer Euphorie, denn da ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern und ich habe es letzte Woche im Podcast mit dem Lenny gesagt, die letzten beiden Spieltage, passt auf, verrückte Ergebnisse, passt auf, wer hätte mit dem 2-2 des VfB in München gerechnet, sowas könnte auch am Wochenende passieren. Ich möchte es nur in den Raum stellen, ich möchte jetzt nicht der Schwarzmaler sein, ich möchte nur, ja, den Realisten geben. Ich verstehe deinen Punkt total, Danny, also, ich sehe es ja wie du, ich will jetzt ja nicht Optimismus versprühen und sagen, boah, der VfB ist quasi schon gerettet, nein, darum geht es nicht, es geht einfach um die Ausgangslage der drei Konkurrenten im Abstiegskampf und da hat der VfB auf dem Papier, faktisch, theoretisch, die beste Ausgangslage der drei Konkurrenten. Aber, und das ist jetzt mein Aber, das geht jetzt nicht so in die Richtung wie bei dir, aber ähnlich, der VfB hatte schon oft die Chance in dieser Saison, was gut zu machen. Direktes Duell gegen Berlin, direktes Duell gegen Bielefeld, direktes Duell in Bochum auch, direktes Duell in Fürth und hat es nicht geschafft, was gut zu machen, wo wir schon oft gesagt haben, oh, die Rahmenbedingungen passen, jetzt ein Sieg und alles wäre gut. Und nee, hat eben nicht geklappt. Deswegen, wir haben vorher über Druck gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie die Mannschaft mit Situationen umgeht, wo Stressresistenz gefragt ist, wo vielleicht auch Resilienz gefragt ist, also wie man mit so Situationen mit Druck umgeht und die war da nicht so vorhanden, diese Resilienz. Und warum sollte sie gerade jetzt gegen Köln da sein? Das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, diesen Spagat, den ich versuche so zu machen. Auf der einen Seite die durchaus gute Ausgangslage, 2 zu 2 gegen München, letzter Spieltag. Du hast es selber gesagt, das ist alles möglich. Also warum gewinnt der VfB nicht gegen Köln und Hertha verliert? Das ist möglich. Auf der anderen Seite, der Druck ist da, du hast vielleicht dann doch was zu verlieren. Selbst wenn es nur gute Stimmung ist, die hast du zu verlieren. Es war bisher in dieser Saison immer so, dass der VfB in wichtigen Spielen, wo du auf den Punkt hättest da sein müssen, eben nicht da war. Also das ist ein psychologischer Faktor jetzt am letzten Spieltag, der da auf den VfB und auch auf Pellegrino Matarazzo zukommt, der echt spannend zu beobachten sein wird. Denn ich glaube, das Spiel am Samstag, vor allem VfB Köln, wird nicht die bessere Mannschaft gewinnen, sondern die Mannschaft, die es mehr will, die im Kopf klar ist, die da ist und die den Willen hat, diese drei Punkte mitzunehmen. Würdest du mir widersprechen? Das kann schon sein. Sie haben ja schon zweimal gegeneinander gespielt in dieser Saison, in Pokal und Liga und da hat auch immer die Mannschaft gewonnen, die das erste Tor gemacht hat. Was ich noch in die Verlosung reinbringen wollte, ist der Faktor Zuschauer. Auch der Alexander Werle hat es nochmal gesagt, das wird ein Hexenkessel werden, das Sven Mislinter hat gesagt, da wird die Hütte brennen und so weiter. Das kann positiv sein, das kann dich beflügeln. Die Gefahr oder beziehungsweise die Aufgabe für den Trainer in dieser Woche ist aber auch, das zu kanalisieren, dass diese Mannschaft nicht overpaced, nicht überdreht und dann im entscheidenden Moment gegen die Kölner, den machst du mit so einer Stimmung nämlich überhaupt nichts vor. Die kennen das auch von jedem Heimspiel. Also die wirst du mit der Kulisse nicht beeindrucken können und die können, glaube ich, auch mit dem Faktor Druck deutlich besser umgehen, weil es eine viel stabilere Mannschaft ist. Also was ich sagen will, ist, das kann, wenn es blöd läuft, auch dem einen oder anderen Spieler ein bisschen hemmen. Ich erinnere gerne nochmal zurück, zweite Liga, Aufstiegsrennen, da gab es ja manch einen, der gesagt hat, das hat dann am Ende auch funktioniert, weil diese junge Mannschaft in leeren Stadien gespielt hat. Kein Druck von außen während der Spiele, 60.000 Zuschauer, die sind alle heiß, die brennen alle, es wird super Wetter werden, die wissen alle, um was es geht, das wird knistern, das wird richtig toll, das wird für uns, aus unserer Sicht, als neutrale Beobachter grandios werden. Aber ganz ehrlich, wenn ich da auf dem Platz stehen würde, da würde mir vielleicht auch mal ein bisschen die Muffe sausen. Also das möchte ich nur zu bedenken geben, wir werden da ein ganz tolles Finale erleben, mit einem hoffentlich guten Ausgang für den VfB Stuttgart, aber wir haben die Faktoren benannt, die Mannschaft wackelt, die Mannschaft ist nicht stabil, die Mannschaft hat in dieser Saison noch nicht geliefert, wenn sie hätte liefern müssen, das ist genauso ein Szenario für den Samstag. Aber wir lassen uns natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen und würden uns freuen, wenn sie die Stimmung, die von den Rängen sicherlich kommen wird, aufnehmen kann, kanalisieren kann und die Kölner in einem tollen Spiel niederkämpft, weil ich glaube auch wie du, dass das jetzt nicht das große Taktikfeuerwerk werden wird, das muss man ja dann auch aus Trainersicht sagen in so einem Spiel, es liegt alles da, ich glaube auch, ganz genau wie du, das geht vor allem über den Willen, wer ist bereit, diesen Extrameter nochmal zu gehen, wer ist bereit, dann nochmal einen Lauf hinter die Kette zu starten, wer ist bereit, dann nochmal eine Grätsche auszupacken, das wird der entscheidende Faktor werden an diesem Wochenende, ganz klar. Für mich auch ein entscheidender Faktor an diesem Wochenende, Danny, und da gehen wir mal ganz charmant über zu Themenblock 3, das ist der Gegner, das ist der erste FC Köln, du hast es richtig angesprochen, du hast Hertha gesehen gegen Mainz, ich habe Hertha auch in dieser Saison verfolgt und angeschaut, was die machen ist ja mal das eine, ich denke, dass es wahrscheinlich ist, dass Dortmund gewinnt, ja, aber die Frage ist, holt der VfB was gegen Köln, hängt davon ab, wie wird sich Köln präsentieren, was ist Köln für eine Mannschaft, die haben die Conference League sicher, die Fans haben den Platz gestürmt, die Spieler sind pissig, Baumgartner, was macht der, also es wird vom Gegner Köln abhängen, ob der VfB eine Chance hat gegen Köln zu gewinnen, weil, wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, ich meine, Köln steht nicht ohne Grund in Europa nächstes Jahr, es gibt einen Grund, warum der VfB unten steht, die Kölner haben die bessere Mannschaft, sind die stabilere Mannschaft, sind die erwachsenere, die reifere Mannschaft, also wenn Köln ein paar Prozentpunkte nachlässt, dann hat der VfB durchaus Chancen, drei Punkte zu holen, deswegen schauen wir doch jetzt auf das Heimspiel gegen Köln, ganz konkret, ich meine, für uns als Journalisten ist dieses Spiel sehr, sehr wichtig, es ist das letzte entscheidende Spiel, es steht viel auf dem Spiel, aber der VfB schottet sich so ein bisschen ab, es gab kein öffentliches Training in dieser Woche, die Pressekonferenz ist in der Regel heute, also am Donnerstag, die PK ist jetzt aber erst morgen, am Freitag, also gerade mal knapp 24 Stunden vor Spielbeginn, das bedeutet, die schotten sich ein bisschen ab, die nehmen sich ein bisschen zurück, die wollen nicht so Einblicke geben, wie sie diese Woche angehen, also ich habe das Gefühl, dass an der Mercedes-Straße ein bisschen Nervosität herrscht, dass die da wissen, worum es geht und es geht eben gegen Köln, Danny, und du hast es richtig angesprochen, du warst im Rasenfunk vergangenen Sonntag, also gerne nochmal reinhören, wenn ihr Lust habt, ihr habt da auch über Köln gesprochen, was erwartet den VfB denn jetzt gegen Köln? Flanken, 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 die Kölner sind die Mannschaft in der Bundesliga, die die meisten Flanken schlagen, weil sie tolle Flügelspieler haben und weil sie vorne drin mit Modest oder vielleicht auch manchmal mit Uth wirklich gute Kopfballspieler haben, ich meine mich auch zu erinnern, im Pokalspiel, als der VfB kurz vor Weihnachten 1-0 verloren hat, fiel das auch irgendwie so Flanke, Schmitz, Kopfball, Modest, also der VfB muss sich da drauf gefasst machen, beziehungsweise Anton, Ito, Mavropanos hinten, je nachdem, ob sie 3er- oder 4er-Reihe spielen, dass da einiges an Luftzweikämpfen auf die Truppe zukommen wird und da ist jetzt dann auch wieder der Torhüter ein bisschen im Fokus, Flo Müller, wir haben ihn vorhin gelobt für das tolle Spiel in München, wir haben ihn aber oft auch schon kritisiert, so zum Thema Strafraumbeherrschung, da haben wir einiges zu mäkeln gehabt, ich finde auch zu Recht zu mäkeln gehabt, das könnte natürlich am Samstag dann ein Faktor werden, ganz klar, weil die Kölner eben ihr Spiel, ihr Offensivspiel vor allem auf die Flügel legen, in der Defensive beziehungsweise im Spielaufbau finde ich sie, verfolgen sie manchmal gar nicht so einen, ja, also einen sehr ähnlichen Ansatz wie die Stuttgarter auch, also sehr gepflegt, flach hinten raus eigentlich, wobei der VfB das jetzt in der Rückrunde immer mehr hat schleifen lassen, aus bekannten Gründen, auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, Köln, stabile Mannschaft, ein guter Kader, ein ausgewogener Kader, können auch von der Bank nochmal nachlegen, haben gute Spieler drin auch, in der Zentrale, vor der Abwehr wird viel weggeräumt, guten Torwart hinten drin, also das ist schon eine wirklich große Herausforderung, das muss ich einfach so sagen und bei jedem Rechenszenario, das ich vor dem Kicker-Tabellenrechner heute Morgen schon zugebracht habe, war immer nur, eigentlich bin ich dann zu dem Schluss gekommen, es steht und fällt damit, der VfB muss gegen Köln sein A-Game zeigen, vielleicht sogar mehr als das, je nachdem, was die Kölner dann auf den Platz bringen und da habe ich eben, ja, da habe ich ein bisschen Bauchgrummel davor, wie schätzt du die Kölner ein, was ist deine, was sind deine, deine Sätze zu der Mannschaft von Steffen Baumgart? Ich habe dir da gar nicht viel hinzuzufügen, ich glaube auch Flanken, Flanken, Flanken und Köln ist eine sehr, sehr reife Mannschaft, also genau das, was dem VfB fehlt, der VfB ist eine entwicklungsfähige Mannschaft, es heißt ja immer, dieser Weg, junge, wilde 2.0, wir gehen den Weg, auf dem Weg gibt es Rückschläge, die Spieler müssen sich entwickeln, da kommt es auch mal vor, dass ein Spieler nicht gut performt, Köln ist stabil, Köln hat jetzt zwar verloren gegen Union Berlin 1 zu 0 vor heimischem Publikum, aber jetzt nicht irgendwie schlecht gespielt, also Köln zeigt dauerhaft stabile Leistungen und ist nicht so schwankungsanfällig, wie beispielsweise der VfB, deswegen ist Köln für mich so ein bisschen auch Vorbild für den VfB, vielleicht nicht unbedingt was, was die spielerischen Akzente angeht, sondern eher so, was das Teamkonstrukt angeht, eine Erwachsene, eine Reife, eine solide Mannschaft, die kaum Schwankungen hat, die gallig ist, der Trainer ist gallig, der lebt es vor, die wollen, der Wille ist da, Einstellung ist da, Fight und Spirit sind da, also was diese Faktoren angeht, ist Köln auf jeden Fall Vorbild für den VfB und deswegen ist für mich der entscheidende Faktor jetzt gegen Köln, was ist Köln bereit zu opfern, in Anführungszeichen, also was hauen sie rein, obwohl sie ja jetzt Europa schon sicher haben und vielleicht ist Köln dann doch ein bisschen beeindruckt von dieser Kulisse auch, es wird ein Hexenkessel auf jeden Fall am Samstag, also für mich, für mich ist Köln natürlich besser als der VfB, das reicht schon der Blick auf die Tabelle, aber unterm Strich die reifere, erwachsenere Mannschaft und da will der VfB hinkommen, da wo Köln jetzt schon steht und Danny, wenn wir uns das anschauen, wo hat Köln letztes Jahr gespielt? Ja, die Relegation gegen Kiel und haben sich erst am letzten Spieltag da reingerettet mit einem Last-Minute-Treffer von Kainz, weiß ich das nicht genau. Das kann ich dir auch nicht mehr sagen, aber genau das meine ich ja, Köln war letztes Jahr Relegation und performt jetzt stabil. Genau das Gleiche kann der VfB auch packen und deswegen ist dieses Spiel jetzt so wichtig und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Pellegrino Matarazzo auch aufstellen wird. Du hast es angesprochen, es gab in den letzten Spielen immer wieder so ein bisschen Systemwechsel. Nach dem Trainingslag in Mabea war es ja vor allem die Viererkette mit zwei respektive drei Sechsern, die das Zentrum dicht gemacht haben. Gegen Wolfsburg war es dann mal eine Dreierkette, gegen Bayern wurde auch umgestellt. Was erwartest du denn gegen Köln? Wie wird das spielen? Vierer, Dreierkette, Personal bleibt gleich. Was erwartest du für Änderungen? Ich erwarte nicht viele Änderungen, ehrlicherweise. Ich glaube, es wäre auch nicht so klug jetzt dieser Mannschaft dieses Gefühl zu nehmen, weil du hattest gegen Bayern zu Beginn elf Spieler auf dem Platz, die performt haben, die auch eine Sicherheit gewissermaßen haben. Also wenn, dann kann man glaube ich, also wir werden keine grundlegenden Veränderungen sehen. Das ist, das ist, finde ich, völlig ausgeschlossen. Das könnte dann halt sein, dass man vielleicht sagt, man möchte gegen Köln auch mehr Ballkontrolle im Zentrum und dann spielt eben Mangala von Beginn an für Führig, der jetzt in München einer der Schwächeren war, wie ich fand. Aber ich meine so, das Grundgerüst steht ja. Ich meine, Sosa auf den Außenbahnen, Müller im Tor, Anton Mavropanos, vorne drin Kalajicic, Tomas Schlesow jetzt natürlich auch drin, Oma Mamouche, viele verzweifeln an ihm, aber dennoch ist er so ein quirliges Element in diesem VfB-Spiel, den wirst du gegen Köln auch brauchen können. Endo, Karasor sind auch gesetzt. Also ich finde einfach, dass du nicht viel, ja zum einen hast du nicht viel Alternativen, so ehrlich müssen wir ja auch sein, die sich aufdrängen jetzt und zum anderen hat das Team, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, ein gutes Gefühl im Fuß beziehungsweise in der Hand, der Flo Müller. Da würde ich jetzt gar nicht groß rangehen. Mich würde es nicht überraschen, wenn gegen Köln die Münchner Anfangself auf dem Rasen stehen würde. Wie siehst du es? Ich sehe Mangala vorne, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass es gegen Köln auch im Zentrum ein bisschen mehr Stabilität braucht. Du sagst es richtig, sie spielen viel über Außen, aber warum spielen sie über Außen? Weil sie es Zentrum im Griff haben und dann eben über die Außen kommen können. Und ich glaube, dass Mangala ein Spielertipp ist, der jetzt gegen Bayern gezeigt hat, dass er diese Aspekte Ballsicherheit, Übersicht, Ballkontrolle, dass er die mitbringt und ich denke, dass es gegen Köln auch gefragt sein wird oder gefragt sein könnte. Ob sie jetzt Dreierkette oder Viererkette spielen, Danny, da tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Das ist schwer einzuschätzen. Es gibt Faktoren, die für und gegen sprechen. Ich glaube, dass Materazzo vor allem im Zentrum, wenn eben Flanken reinkommen, dass er da Überzahl schaffen will. Wenn die Kölner mit zwei Stürmern kommen, dann spricht viel für eine Dreierkette. Also mit Ito, mit Anton und mit Mafropanos, dass du da einen starken Verbund im Strafraum hast. Dass auch Flo Müller nicht den Zwang hat, da jetzt im Zwei-gegen-Zwei, also Stürmer gegen Innenverteidiger, zwingend rauszukommen. Ich denke, dass da viel für eine Dreierkette spricht, um da auch Bonasosa in der Defensivarbeit vielleicht ein bisschen zu entlasten. Also das wäre jetzt mein Take. Ich schätze auf eine Dreierkette. Ich glaube, Personal wird sich nicht groß ändern, außer eventuell eben Orel Mangala für Chris Führig, wobei ich da jetzt fast schon sagen würde, ja okay, ich glaube, Mangala startet vorführig. Aber bei Mamush gehe ich mit dem mit. Der hat so viele belebende Elemente, der ist so quirlig, der ist so gefährlich, der hat so viel Tempo. Ich glaube, den brauchst du gegen Köln, weil die stehen stabil und da brauchst du so einen Eins-gegen-eins-Spieler. Ja, Danny, ich glaube, dann haben wir so den sportlichen Teil ein bisschen abgekappert, ein bisschen abgegrätscht. Bevor wir noch zu Werle kommen, wie sollen wir das machen? Sollen wir gleich tippen oder erst am Ende? Können wir gar nicht tippen? Doch. Nein, dann lass gleich tippen. Dann lass gleich tippen. Soll ich zuerst? Mach du zuerst. Oh je. Ich bin ja die letzten Wochen immer um die Tipps rumgekommen, weil ich entweder nur die Gäste habe tippen lassen oder ich einen Architekten zu Gast hatte, und es völlig irrelevant war. Ich weiß es nicht. Ich bin ja immer oft der Verfechter gewesen, der gesagt hat, wenn so viel Druck drauf ist, dann gibt es meistens keinen Sieger. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie so ein 2-2 wird, aber am Samstag wird es einen Sieger geben. Am Samstag wird es einen Sieger geben und soll ich jetzt den Wunsch Vater des Gedankens werden lassen? Ja, sag's. Ich tippe auf einen VfB. Ich tippe auf einen 3-2-5-VfB. Ich hoffe aus unserer Journalistensicht nicht, dass es dann irgendwie 90 plus 1 und Video-Check und ja. Also, aber ich mach's kurz. Ich tippe auf einen VfB. Umkämpftes Spiel. Es wird rauf und runter gehen. VfB-Defensive hat sich stabilisiert, aber ja, da sind immer noch große Lücken. Köln wird zu treffen. VfB wird treffen, entfesselt, angetrieben von 60.000. 3-2 für den VfB. Sascha Kalajdzic, Sosa werden nochmal zuschlagen. Schöne Abschiedsgeschenke reinlegen in den Korb. Und dann haben wir die Saison am Wochenende schon vorbei und müssen nicht in die Verlängerung gehen. Ja, ich tippe auch auf den VfB, Danny. Ich sehe keinen Unentschieden. Ich glaube, es wird einen Gewinner geben. Ich sehe es wie du. Da steht zu viel auf dem Spiel beim VfB. Selbst sollte es da unentschieden stehen, würden sie, glaube ich, alles nach vorne werfen und dann vielleicht dann auch noch doch das Gegentor kassieren, das zur Niederlage führt. Aber ich tippe auch auf den VfB und ich kann ja jetzt kein 2-1 tippen, weil dann wären wir in der Differenz gleich. Deswegen tippe ich einfach mal auf den 2-0. Wie? 2-0? Ja, der VfB geht 1-0 in Führung. Köln macht Druck, macht Druck und kurz vor Schluss das erlösende 2-0, Danny. Und dann können wir ganz gemütlich unsere Artikel schreiben und haben nicht in der 90. plus 4 noch irgendwie einen VAR-Eingriff mit potenziellen Elfmeter für den VfB. Ach, was weiß ich. Darauf hätte ich wirklich gar keinen Bock, weil da geht mein Puls sowieso nach oben und dann bräuchte ich echt sehr viel Koffein, um den Tag zu überstehen. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich bin für den VfB. Ich sehe diesen Druck ein bisschen kritisch, aber stay positive für den VfB. Ich glaube, wenn der von dir beschriebene Spielverlauf eintreten würde, dann ist im Stadion aber gar nichts mehr mitgemütlich, weil ich glaube, in unseren beiden Tipps ist die Annahme auch mit drin, dass die Hertha in Dortmund nichts holt. Also, wenn ich das noch tippen sollte, ich glaube, in einem seltenen Fall kann man sich mal auf den BVB verlassen und Erling Haaland schießt nochmal drei, vier Tore. Die gewinnen deutlich gegen Berlin und wenn dann der VfB, wie du beschreibst, 1-0 in Führung geht, irgendwie der Schlussphase 2-0 macht, dann reißen die die Hütte ab. Dann ist es vielleicht gut, dass erst dann die Bagger anrollen zur Sanierung der Haupttribüne, weil dann bleibt, glaube ich, kein Stuhl mehr auf dem anderen stehen. Dann wird es richtig, richtig heftig werden, glaube ich. Dann lass uns doch mal dieses Szenario erhoffen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Danny, wir müssen aber noch kurz über was sprechen, bevor wir diese Podcast-Folge beenden. Du kommst gerade von der PK mit Alexander Werle. Da ging es natürlich auch um das Spiel jetzt gegen Köln, oder? Wie sieht der neue CEO des VfB dieses Spiel und planen die denn auch zweigleisig? Also natürlich planen sie zweigleisig. Also alles andere ist ja unprofessionell. Es ging vor allem darum, Alexander Werle, knapp zehn Jahre jetzt bei den Kölnern gearbeitet, seit acht Wochen jetzt wieder zurück beim VfB Stuttgart, ist ja ein Schwabe, geboren in Biedigheim-Bissing, aufgewachsen, also im Landkreis Ludwigsburg. Deswegen, diese Ausgangslage ist natürlich eine ganz spezielle, auch für ihn persönlich und lass mich vielleicht noch zwei Sätze zu den Planungen sagen. Also da fand ich das ganz interessant, dass er da mal so ein paar Einblicke gegeben hat, weil ich ihn gefragt habe, ob es denn nutzt, dass er einfach jetzt aus seiner Arbeit in Köln auch das mit der Relegation schon mit berücksichtigen musste und da hat er ganz klar gesagt, ja, das hilft, vor allem, weil man in Köln eigentlich immer zweigleisig planen musste, denn so eine richtig entspannte Saison, wie sie sie dieses Jahr haben, das ist ja auch die Ausnahme für die Kölner, das muss man ja ganz klar sagen und so war es eben für ihn jahrelang völlig normal, dass man quasi eine neue Spielzeit immer auf zwei Blöcke baut, eben die Variante 1, man hält die Klasse, Variante 2 ist der Abstiegsfall und insofern ist der VfB und ist Alexander Werle da auf alles vorgerüstet, da ging es dann wirklich um die Themen, da man erstellt sogenannte Schattenkader, führt auch schon Gespräche in diese Richtung, also das ist alles sehr professionell und völlig normal, also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die alle total pessimistisch sind und ach Gott, wir steigen eh ab, wir planen schon mal für die zweite Liga, nein, also alles andere wäre total unprofessionell und zum anderen ist der Alexander Werle ein unglaublich positiver Mensch, so wie ich ihn jetzt habe kennenlernen dürfen auf ein, zwei Presserunden auch schon, strahlt unglaublich viel Optimismus aus und sagt auch ganz klar, also Leute, natürlich professionell planen wir mit Liga 2, aber wir schaffen das und wir schaffen das auch direkt, so, also er ist da sehr positiv gestimmt und es speist sich eben zum einen aus dem ordentlichen Auftritt in München, dem guten Ergebnis, dem guten Gefühl und eben auch, er sagt, weil er auch angesprochen wurde auf den Faktor Druck, was macht ihn denn positiv, dass die Mannschaft jetzt in dieser Drucksituation performen wird, dann sagt er, Berlin, wo wir nicht performt haben, wo der Druck groß war, das war ein Auswärtsspiel, jetzt ist der Druck wahrscheinlich noch größer, aber wir haben ein Heimspiel, wir haben einen Hexenkessel da, wir haben 60.000 in der Arena, wir werden es wuppen, also das war eine ganz interessante Runde, weil es eben auch so um die Zukunftsfragen dann so ein bisschen ging, da hat er, finde ich dann, da ging es auch darum, dass man nach der Saison eine Saisonanalyse machen wird, was ja auch völlig normal ist und da hat er sich alles so ein bisschen offen gelassen, würde ich jetzt mal sagen, also das war jetzt nicht so, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, ja nächste Saison, Mislintat Matarazzo, das ist ja völlig klar, sondern er hat da ganz defensiv, aber auch sehr professionell, wie ich finde, formuliert, wir schauen uns das jetzt mal an, wir setzen uns zusammen, wenn die Saison vorbei ist und sprechen in aller Ruhe darüber und dann treffen wir zusammen, gemeinsam als Trio, eine Entscheidung und sprechen auch mal über einen weiteren sportlichen Weg, also das war eine, wie ich finde, sehr interessante Runde mit Alexander Werle, die natürlich, da waren auch Kölner Kollegen zugeschaltet, die ihn dann noch ein bisschen da ausgefragt haben, das war ganz, ganz unterhaltsam, ich habe schon einen Artikel darüber geschrieben, könnt ihr euch nachlesen, ihr könnt euch aber auch, glaube ich, die komplette Runde irgendwie später auf beim VfB-TV irgendwie nochmal reinziehen, ich glaube, das wird dann da zur Verfügung gestellt, also nochmal kurz zusammengefasst, Werle plant natürlich für die zweite Liga, alles andere wäre unprofessionell, ist aber sprüht vor Optimismus und speist den eben aus dem guten letzten Spieltag und der Aussicht auf 60.000 Zuschauer und ein ausverkauftes Haus am Samstag. Perfekt, Danny, da will ich gar nicht viel hinzufügen, kann ich auch nicht, weil ich war ja nicht mit dabei. Du bist ja nicht dabei, was willst du denn hinzufügen? Ich war ja nicht dabei, deswegen beenden wir doch an dieser Stelle die Podcast-Folge, bevor es quatschig wird, nein, Spaß beiseite, Danny, wir haben noch zwei Tage, wir müssen noch ein bisschen vorbereiten, jetzt für das Spiel, dann am Samstag für das Heimspiel, wir müssen auf alle drei Szenarien vorbereitet sein, das wird spannend, es wird arbeitsintensiv, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, ich bin nervös, ich freue mich aber auch, also es ist eine ganz komische Mischung, wenn ich so Social Media, Twitter und Co. verfolge, da steigt auch die Anspannung, also ich habe richtig Bock, es wird ein geiles Spiel und ja, Danny, ich glaube, wir werden zu zweit im Stadion sein und uns das Spiel dann auch reinziehen, ich glaube, das wird sehr interessant und dann, ja, danke ich dir, dass du hier in der Podcast-Folge wieder mal dabei warst, mal wieder zu zweit gepodcastet und dann lassen wir es einfach mal offen, was die nächsten Wochen passiert, wie wir mit dem Podcast weitermachen, wenn es eine Relegation wird, dann werden wir natürlich weiter podcasten, wenn es keine Relegation gibt, müssen wir mal schauen, kleiner Ressort-Rückblick oder vielleicht auch nochmal so ein Rückblick aufs Köln-Spiel, vielleicht passiert ja nach dem Spiel was, Feierlichkeiten, Rasensturm, und was auch immer, ich bin gespannt, ich freue mich, Danny, danke, dass du dabei warst, an euch da draußen, Adios. Ziemlich danke für die Einladung und wir machen natürlich weiter, nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, wir hören mit unserem Podcast auf, die Frage ist, glaube ich, nur in welchem Umfang, müssen wir jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Sonderrelegationsfolgen vorbereiten und aufzeichnen oder können wir nächste Woche ganz entspannt nochmal über schöne Bilder im Neckar-Stadion sprechen und dann in aller Ruhe die Saisonreview passieren lassen, das wird der Samstag zeigen, ich freue mich auch drauf, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, wenn euch unser Podcast gefällt, zeigt uns das, liked uns, folgt uns auf den diversen Podcatchern, wenn euch was nicht passt, ist es auch natürlich in Ordnung, gebt uns Bescheid, gebt uns gerne mal ein Feedback, ist gerne gesehen, wir nehmen es gerne mit auf, ja und Simi, es war sehr schön, mal wieder mit dir zu zweit in der Leitung zu sein, hat mich richtig gefreut. Wunderbar, Danny, dabei belassen wir es. An euch da draußen, viel Spaß am Samstag, gute Nerven und bis bald, ciao. Ciao. Ciao.